mehr nahrungs leute brauchen wir jetzt nicht unbedingt kann ich aber trotzdem die fischer zunft schicken ganz ehrlich dass hier ich habe verteidigungsdürmer ich habe es ein bisschen zu gut gemeint glaube ich so ein bisschen safe machen und los weil wir uns jetzt wieder vorwarten jetzt ist aber glaube ich immer noch aktiv sicherheitshalber mal wieder vorwärts mir nach für die rune haltet durch männer feindliche angriff ein greif wurde verletzt für die für die zurück ach das sind sogar meisterschützen jetzt hierin schütze uns und los folgt mir feindliche angriffen haltet durch männer bleibt standhaft sie schlagen zu auch cool wir können unser letztes mitmachen auch mal immer für pflanzknecht und dann auch für schützen ja feindkontakt was wünscht ihr alles klar bleibt standhaft wird sofort ausgeführt bereit mir nach bringen wir es zu ende sie sind überall und los vorwärts folgt mir sofort okay wir gehen erstmal noch da oben für die freiheit hierin schütze uns haltet durch männer folgt mir sofort zum angriff schlagt sie zurück achtung wir wirklich mal gespannt ob es dieses mal auch wieder vorsicht sie sind hier wenn wir in die däne des portals hier oben gehen feindkontakt verstärkt die deckung aber ich muss zugeben ich habe die ähm ich sag ziemlich oft m fällt mir gerade auf ich gebe zu ich habe die phoenix kampagne als schattenkrieger nicht weit gespielt gehabt damals nur bis zur onyx brucht dann hatte ich irgendwie keine luste auf mein kommando und los mir nach also so anders gesagt ich wollte halt ne pause machen und die pause war zu lang dann war musste ich irgendwann mal mein spiel äh mein computer neu aufsetzen und dann war halt mir nach das safe futsch folgt mir vorwärts was halt auch passieren kann bereit für den kampf so landsknechte haben wir scharfschützen zu euren diensten schließt die rein was wünscht die rune haltet durch männer sie sind überall deswegen weiß ich nicht genau was alles nach der onyx brucht auf uns zukommt also was anderes sein wird mir nach ich denke mal spätestens wenn wir feindliche angriff im finsterwerk gebirge sind schlag sie zurück feindliche angriff gleich sein dann schlag sie zurück schlag sie zurück den phoenix träger befreien haltet durch männer feindliche angriff haltet durch männer einsatzbereit erwarte befehle jawohl jawohl ja sofort so uram lassen wir mal da in ruhe also uram gura gurasom gursam uram gursam zwergnamen manchmal schwer auszusprechen o da ist der gura ein bär sie sind überall schlag sie zurück schließt sie rein folgt mir vorwärts vorsicht sie sind hier sind auf feinde gestoßen sie sind überall ja wenn man so sieht hierdurch brauchen wir erstmal nicht gehen bleibt standhaft wir können die dämonen zwar umhauen aber sie haben es auf uns abgesehen feuerbandkampfschild meins ist ein 10er ja ist besser auf jeden fall rüstung der ordensritter ist besser als der karnepanzer ja ausdauergeschicklichkeit und charisma plus 10 ja und wie gesagt die dämonen da oben die lassen wir jetzt einfach mal in ruhe bringen uns eh nichts der gora sieht müde und ängstlich aus er gibt dem tüme er gibt dem tier die honigfarbe es verschlingt sie gierig die augen des gora strahlen mit einem ganz schnüffelnd als würde es nach feinden suchen richtet sich sich auf und macht sich auf den weg ok vorwärts das wird das wird jetzt aber hoffentlich nicht versuchen hier hoch in die festung zu laufen ja zerstört das lager der h7 auf dem hochlebenden vor dem portal die h7 die im kyria belagern hat das portal in die goldene stadt verschwert ihr müsst ihre belagerungsfeste zerstören allerdings ist dies gut durch abwehrtürme gesichert mhm also ja vielleicht bleibt der gora auch einfach nur hier vorne ja so wie es aussieht bleibt er hier oder läuft einfach hier hin und her hätte mir nämlich leid getan wenn das arme tier jetzt einfach in die festung rein rennt und stirbt so lange es nur hier patrouilliert und die h7 die von oben runter kommen angreift soll es mir recht sein endlich frei kann ich euch meine haut irgendwie vergüten freund keiner soll sagen können Ura wäre undankbar ja die festung dort ich werde Hilfe brauchen um sie einzunehmen wisst ihr etwas über das land was mir nutzen könnte geheimweg erfahren nehmen wir wieder den wisst ihr etwas über das land was mir nutzen könnte nun ich kenne einen geheimen weg ins lager dieser habum ach dieser feinde ihr wisst schon die bunten mit den tüchern auf dem kopf ich könnte also ihre verteidigung umgehen riecht riecht und ihnen mit eurer armee in den rücken fallen es gibt einen ungesicherten zugang zu ihrem lager ganz im osten ich habe gehört wie sie darüber sprachen sie haben ihn mit felsen blockiert haben sie gesagt aber diese stümper können doch mit stein gar nicht umgehen wie wäre es wenn ich euch diese stümperhafte steinblockade wegräume dann hättet ihr einen neuen angriffsweg im osten gut uran ich folge euch ich mache mich gleich auf den weg den durchgang für euch zu öffnen es ist lustig wie der katzi einen anderen sprecher hat sobald ich die steine weggeschafft habe können eure truppen dort dem gegner den rücken fallen ja er macht nur ein kleines stückchen auf das ist lustig wie er jetzt gerade zweimal eigentlich da war einmal hier so onyx bruchdorf so mal sehen wo löst er sich jetzt auf hier kommen jetzt schon die hasim wachen von oben die den wumms gehört haben ach so er läuft irgendwo anders hin ach so ja er läuft hier das äh dorf hinein und ist dann wahrscheinlich demnächst verschwunden nö er bleibt einfach da stehen ok auch gut verstanden ich wollte gerade sagen mal gucken greift ihr uns jetzt an oder seid ihr nur eine Verteidigungs-Truppe wird sofort ausgeführt wird sofort ausgeführt auf dem Weg aber ich glaube ihr greift uns dann an wenn die Kämpfer hier auch noch kommen alles klar schickt sie zum Seelenfluss alles klar zu befehlt deswegen sind wir uns mal so frei und zu befehlt sagen kommt und holt uns unverzüglich die stadt wird belagert auf mein kommando für die rune haltet durch männer verstärkt die deckung sind auf feinde gestoßen verstärkt die deckung sind auf feinde gestoßen vorsicht sie sind hier feindlicher angriff immer mal wieder die feuerbahn sprechen dass der auch an bleibt so jetzt wird der Gora sich hier mit den H7 anlegen so so